so herzlich willkommen zu unseren nächsten folgen und zwar wollen wir uns heute die hti holen das tief hat sie schon und hat sie sich schon freigespielt geiles gerät sehr schön was kann man damit machen und zwar kannst du mit einem schuss die kleineren hubschrauber locker vom himmel holen und mit 34 schuss diese großen unidad hubschrauber ok cool also wir sind jetzt in der gegen montignyuk und befinden uns dann nordöstlich von montignyuk und viel spaß beim zusehen wir schleichen uns natürlich hier rein wie sie es gehört bei nacht und regen also dieses snipergewehr ist in eines von der von den lagerhäusern hier in der mitte drohne können wir leider noch nicht einsetzen es gibt aber einen stör sender hier den man ausschalten kann ok aber das sei halt ja kein 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 schaltdämpfer aber das macht ja nichts nein das ist die ist ein snipergewehr ohne schaltdämpfer richtig ja genau ich glaube wir gehen am besten hinten rum Okay, im Turm oben ist niemand. Ohne Drohne wird es ja schon echt auch herausfordernd. Ja, richtig, ja. Nachdem wir auch im harten Mut spielen. Aber wir sind ja Schleicher. Das passt schon. So, hier ist die Störanlage. Achtung, nicht nur zu Santa Blanca, sondern zum Leben eines Sicarius. Zu einem Leben im Angesicht des Todes. Sein Körper hat sich nicht mehr Sender, das sind zwei Stück auszuschalten. Ja. Einer kommt auf dich zu. Pass auf, du wirst gleich entdeckt. Ich habe ihn ausgeschaltet. Man hat es gehört. Was? Oh, vor uns ist noch einer. So, Luftabwehrsystem ist ausgeschaltet. Warte, das... Ah, der ist hinterm Zauern. Äh, warte, der dreht sich gleich weg. Und durch den Zaun wird es blöd. Ah, jetzt. Na gut. Jedes Mal habe ich Pech gehabt, dabei müsste noch einer sein. Hier fehlt der Ausschaltknopf. Ich schalte den Strom aus. Na. Pass auf, über dir ein Hubschaber. So. Warte, die sehen dich. Ja, ich möchte jetzt meine HTI gar nicht einsetzen. Nee, aber dafür hast du jetzt die 11. 11. Die ist ja schön leise. Der Jansch. Ich kann mal wieder einsetzen. Warte, Quid. Okay. Oh ja, gut. Den habe ich gesehen jetzt. Hab's gemerkt. Aber hier ist auch einer der... Also, sie sind hier schon... Ja, das nehmen wir doch gleich mal mit. Wird hier die Waffenkiste schon irgendwo angezeigt? Nein, bis jetzt noch nicht. Munitionskiste, ja. Hier gibt es irgendwo Informationen im ersten Stock. Ja. Okay, Versorgungskiste wird mir angezeigt. Müssen wir vermutlich nochmal eine Stufe höher. Mhm. Pass auf, da müsste einer drin sein, oder? Nee. Nein. Okay, Informationen sind auf jeden Fall hier. Was ist denn, Karnales? Sehr schön. Ah, hier ist der Orden. Das ist eine Auszeichnung. Sieht aus wie aus einem Karnales-Parkum. Okay. Mal kurz die Lage checken. Wo war denn diese... diese Waffenkiste? Die hüten schon alle so gleich aus. Bist du noch... Bist du noch hier oben? Schau mal, wenn du kurz zur Tür kommst, dann können wir die zwei, äh... hier, Jim Jack einfach mal kurz wegsnipern. Da muss ich aber hochkommen. Achso. Ja, warte, 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 warte. Das... Hier kennen alle kleinen Goppelfeinde. Okay. Die sieht man aber ganz schön nicht. Nee, ja, die waren vorhin noch, ähm... gut sichtbar. Dann gehen wir runter, denn sehen sie uns jetzt auch nicht. Passt schon. Drohne ist einsatzbereit, oder? Ja, die ist einsatzbereit. Kannst du ja nehmen. Okay. Da läuft anders. Shit. Hast du die nicht erwischt, oder? Scheiße. Nein. Okay. Jetzt hast du alle aufgeschreckt. Ja, jetzt wird's lustig. Shit. Das war jetzt nicht meine Absicht. Ja. Die lautlosen Killer. Okay. Läuft schon. Das war's muss sein, ne? Okay, Hubschrauber von oben. Den hast du immer noch nicht erledigt, oder was? Na, jetzt. Ja. Ja, jetzt. Ja, jetzt. Ja, jetzt. Ja, jetzt. Okay. Oh, sie können keinen Alarm geben, weil ich hab ja ausgestellt. Aber ich hör irgendwie einen Alarm, aber... Oder Sirenen. Ich geh jetzt mal unten durch. Oh, nee. Die haben dich erwischt. Die haben dich erwischt? Okay, ich komme. Die haben mich erwischt, ja. Ja. Hat auch der Hubschrauber. Ja. Wenn du aus dem Weg gehst, dann wirst du auch nicht erschossen. Die Frage ist, wer beschießt mich denn? Ach, da steht einer in dem Raum drin. Ach, verdammt. Ja, den hab ich gerade erwischt, ja. Danke, jetzt darfst du mich mal retten. Wo bist du? Oder ist noch einer? Ich steh genau in der Ecke. Ah, ja, okay. Danke. Hol mal jetzt mal den Vogel da drunter, oder? Mhm. Also, der steht da oben am Maschinengewehr. Ja. Jetzt hab ihn. Bist der Hubschrauber. Schrauber ist weg. Danke. Ich meine, auch so geradeaus hier rüber ist auch die Lagerhalle, wo dein HTI-Sniper-Gewehr drinnen ist. So, ich bin jetzt mal unten. Na, ich hab den einen nochmal markiert. Also, ich hab nochmal einen markiert. Also, die beiden. Mhm, aber die sind da hinterher der Mauer. Ah, da ist noch einer. Da kommt ein Heli. Der Tango ist hin. So, mit drei Schutze hab ich den großen Heli runtergerollt. Sehr gut. Aber da ist schon wieder einer oben, oder? Mhm. Die sehen uns. Wo ist denn der? Ja, aber hier kommen wir eh nicht rum. Der will schon wieder hoch zum... Aber oben steht noch einer drinnen. Okay. Okay, hab ihn. Erledigt, ja. Hier müsste noch einer an der Seite stehen. Der merkt's nicht. Sicher ein wichtiges Ziel. Ja, wenn dann schon lautlos, oder? Ja. Okay. Ich meine, dass die Waffenkiste hier irgendwo war. Mir wird leider nichts angezeigt. Doch hier drin. Ah, da ist noch einer. Das ist ein Ausbilder. Das ist ein Ausbilder. Oder hab ihn doch getroffen. Oder haben wir ihn doch getroffen? Wir sind hier fertig. So, dass er zumindest keine Punkte bekommen. Ich hab jetzt nur angezeigt bekommen, dass der Auftrag abgeschlossen ist. Ja, hab ich auch. Aber gut. Wenn die Krottel nicht zuhören, kommen wir so lange wieder, bis Sie es kapieren. Also, ich hol mir mal schnell Munition. Mhm. Jo, hier ist eine Waffenkiste. Ah, ich hab die Waffenkiste entdeckt. Okay. Okay. Ja, ich hab sie entdeckt. Also. Nachdem jetzt hier keine Gegner mehr sind. Wir haben hier den Mörser. Und dann ist es genau links in dem Lagerhaus. Und da haben wir die HTI-Präzisionsgewehr. Ja, ich würd sagen, sehr schön. Von der Handbarkeit haben wir ein bisschen was verdäuern. Geräuschminderung, die Feuerrate. Also gegenüber jetzt der... Also gegenüber der alten Waffe, die ich hab, die L11 5A3. Aber, ich würd sagen, schönes Ding. Auf jeden Fall mal zu holen. Auf jeden Fall mal wert. Also Schwierigkeit hat man hier 5 Totenköpfe. Sehr schön. Haben wir eigentlich ganz gut gelöst. Dann holen wir uns jetzt mal das schicke Ding aus der Kiste raus. Dann könnten wir es schon, wenn ein Hubschrauber noch vorbeikommen würde. Dann könnten wir es gleich ausprobieren. Ja, das wär schön. Ja. Damit haben wir jetzt diese schöne Waffe. Vielen Dank ganz tief fürs Erklären. Und zeigen. Und viel Spaß beim Suchen. Und die Gegner eliminieren. Und ausprobieren. Genau. Bis dann und danke euch fürs Einschalten. Servus. Oh, da ist noch ein Flugzeug. Vielleicht krieg ich den aus der Entfernung wahrscheinlich nicht mehr. Ja, das ist auch die falsche Waffe. Na gut. Also, servus. Ja, das ist auch die falsche Waffe. Ja, das ist auch das. Also, ich habe mir das. Untertitelung des ZDF, 2020